Hallo und willkommen zurück zu Portal The Flash Version Map Pack. Ich bin hier immer noch mittendrin im Labyrinth, was erstaunlich gut geklappt hat, aber ich will es nicht beschreien. Ich muss jetzt wieder die Stelle finden, wo der Würfel auf den Knopf kommt. Wo könnte die gewesen sein? Beziehungsweise wo kam ich vorher her? Von da oben, ne? Ah, da ist ein Knopf. Ich nehme auf jeden Fall diesen Würfel ständig mit, sonst hilft das nichts. Was? War das der tatsächlich? Haha. Ne, stimmt gar nicht. Nein, ich muss da rein. Ging das hier unten? Das ging hier gar nicht. Oh, jetzt kann es was werden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es liegen jetzt ein paar Tage zwischen den Aufnahmen. Das kann heiter werden. Was war denn der Knopf für die Ein... Ach, vielleicht war der das... Oh nein, 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 da muss ich zurück. Shit, wo kam ich jetzt her von da? Vielleicht macht der auch noch was Entscheidendes. Upsa. Hat das schon mal nicht... Okay, verdammt. Keine Ahnung, was die Eins machte. Hatte ich vielleicht in der letzten Folge schon rausgefunden? Weiß ich nicht. Aber der machte auf jeden Fall das. Ach, verdammt. Oder Moment mal. Also hier macht er keine direkte Auswirkung, also muss es ja irgendwo was Ferngesteuertes sein. Insofern lasse ich ihn jetzt doch mal zurück und finde den Weg nie wieder. Das sage ich mal gleich. Oh. What? Was ist das für ein blöder Raum? Der bringt mir auch nichts. Bin ich... Ach, hier bin ich mal von unten gekommen irgendwann. Ja, da muss ich wohl auch weiter. Ach, jetzt... Oh nein. Ich werde zehnmal hier landen. Okay, die Folge fängt schon schlechter an, als die davor aufgehört haben. Verdammtes Elend hier. Okay, mal wieder nach dem Ausschlussprinzip arbeiten. Hier komme ich nicht wieder raus. Hier komme ich gerade her. Das bringt nichts. Also das da unten war doch der Raum, ne? Wo ich dann irgendwann mal diese Tür da aufkriege. Wann hat sie kurz gesehen? Okay, gerade bin ich... Weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Nach oben, glaube ich. Ne, das ist der Raum. Also nach oben muss ich. Alles andere bringt hier nichts. Sage ich mal. Aber... Ach so, hier. Genau. Ich muss da zurück. Alles andere waren ja Sackgassen. Okay. Ich muss da zurück. Wie schön. Ach du Scheiße. So, immer gucken, ob hier noch irgendwo ein Guckfenster war. Hier habe ich durchgeschlossen. Dann kann es eigentlich wieder nur zu dis sein. Das ist der Raum von der anderen Seite. Der geht nie auf. Oder der muss auch nicht aufgehen. Aber was hat jetzt die verdammte Eins gemacht? So, das war da oben. Wo ich, glaube ich, dann zum Würfel gekommen bin. Ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich mal wieder da rein. Hier ist noch ein Würfel. War ich hier schon jemals? Hier zeigt wieder der Pfeil nach... Ah. Ah. Warum zeigt der Pfeil nach oben? Hier kann ich ja nicht direkt hoch. Hier gibt es auch keine Verbindung. Das ist nur zum Gucken. Okay, wenn ich es könnte, würde ich mir diesen Weg hier rein merken. Kann ich aber nicht. Ich versuche jetzt den Würfel hier auf den Knopf zu bekommen. Und dann kann ich durch die Tür raus. Mehr ist es jetzt eigentlich nicht. Aber es ist natürlich wieder mächtig verwirrend. Ah, das war die Eins, das hier offen ist. Okay, deshalb konnte ich hier vorher nicht gewesen sein. Äh, Moment. Doch, konnte... Wie kam ich jetzt hier? Von da kam ich rein. Ich gehe nur... Ah, ich gehe nur den Weg zurück. Na, nur ist gut. Ähm, wenn ich schnell bin, müsste ich doch eigentlich auch hier durchlaufen können. Wäre das nicht ein Vorteil? Also so. Und hier durch. Wäre das kürzer? Ich glaube schon. Ähm. Hier kann man natürlich auch abkürzen. So. Das wäre vielleicht besser. Also da hatte ich jetzt blau. Das hilft mir eigentlich nicht viel. Ich will nur hier hoch, ne. Jetzt muss ich natürlich die Portalverbindung wieder aufgeben. Aber... Habe zumindest einen nicht allzu langen Weg zu diesem Knopf gefunden. Zurück wird es jetzt wieder eine andere Geschichte. Ähm. Da unten ging es doch auch nicht durch. Jetzt geht es da gar nicht mehr rein. Jetzt muss ich wieder da hin. Schaffe ich das vielleicht? So schaffe ich es nicht. Oder beziehungsweise da komme ich nicht hin. Das ist jetzt der Nebenan... Ah doch. Moment. Shit. Wie war denn das? Das ist wieder ein anderer Weg. Oder? Ne. Das ist es. Ne. Auch nicht. Ach so. Ich bin ja schon hier. Ich bin schon hier. Alles gut. Alles gut. Raus hier. So. Cool. Uff. Es gibt Kuchen. Wie immer. Da glaube ich doch dran. Hey. Wow. Was? Och nö. Ich habe Angst. Das wäre so ein Lautsprecher da oben. Der fährt doch gleich weg oder explodiert. Leute. Das ist nicht witzig. Also in Portal Pro waren sie echt. Aber hier glaube ich nicht dran. Also wenn ich da drauf trete geht ein Käfig zu und fährt mich irgendwo hin oder sonst was passiert. Aber was habe ich für eine Wahl. Lecker Kuchen. Gratulation. Der Test ist vorüber. Ah. Versuchen Sie nicht mehr den Testbereich zu verlassen. Ich konnte gerade nicht schießen. Sonst hätte ich mich hier noch rausgeportelt. Weiß. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Oh. 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 Scheiße. Ich bin tot. Ende. Wie soll ich denn hier wegkommen? Oh. Die sollen erstmal alle in Standby gehen. Ah. Weg. Habe ich mich für die falsche Seite entschieden? Also die Tür ist nicht zum Öffnen. Das kann ich ja schon mal analysieren. Ich habe zwar eine Portalfläche unter mir, aber... Ach komm. Das ist doch Mist. Ich kann auch gar nicht rausspringen. Versuchen Sie nicht mehr den Testbereich zu verlassen. Ich muss mich orientieren. stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Was für ein elendiger Tod. Gratulation, der Test ist vorüber. Gratulation, der Test ist vorüber. Versuchen Sie nicht mehr den Testbereich zu verlassen. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Das geht auch gar nicht. Für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität. Ich muss ja früh genug springen. Okay, ich meine, vielleicht sollte ich einfach tun, was sie sagt. Ich soll mich auf den Bauch legen, aber... Gratulation, der Test ist vorüber. Versuchen Sie nicht mehr den Testbereich zu verlassen. Die knallen mich doch garantiert ab. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ich kann ja das Gerät gar nicht abstellen. Da geht es ja schon mal los. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Scheiße. Ich dachte echt, das würde klappen. Gratulation, der Test ist vorüber. Versuchen Sie nicht mehr den Testbereich zu verlassen. Die Frage ist, wo ist überhaupt der Ausweg zum Raum? Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von... Das ist hier alles absolut tödlich. Ich versuche jetzt diese eine Tür da, aber die sah nicht so aus, als wenn sie sich öffnet. Versuchen Sie nicht mehr den Testbereich zu verlassen. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ich hänge da total fest. Ich komme überhaupt nicht zu dieser Tür. Gratulation, der Test ist vorüber. Versuchen Sie nicht mehr den Testbereich zu verlassen. Wir machen es jetzt mal anders, damit wir nicht immer diesen nervigen Vorspann hier haben. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Nicht so gut. So gut. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Appeture Size. Ende. Ich komme halt hier überhaupt nicht raus. Da hinten. Ah, scheiße. Okay. Dann kann ich auch gleich F7 machen. Ah, ich kann noch nicht schießen. Ich mache jetzt Dauerfeuer. Oh, 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 oh. Und sobald was geht... Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Appeture Size. Ah, komm schon, warum? Was? Oh, bitte, bitte. Oh. Boah. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Taten? Ich bin dreimal gestorben, mindestens. Oh, das war fies. Also, ihr habt es gesehen, ne? Ich konnte zwar schießen, aber die Fläche unter mir hat noch nicht angenommen. Bevor sie nicht mit ihrem Gelabere fertig war. Und da kamen auch schon die Schüsse. Also, pfff, Hilfe. So. Na dann. Ah, da ist schon ein dezenter, roter Pfeil. Was machen Sie denn? Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Ich habe es noch lange... Hallo? Ja, ja. Nun lass mich doch mal reden. Ich habe es noch lange nicht geschafft, denn im klassischen Portals Sinne bin ich jetzt im Hintergrund angelangt. Hier sind dezente Kreuze, die mich darauf hinweisen, dass ich schwingen soll. Ja, und jetzt geht es wahrscheinlich erst richtig los. Jetzt muss ich dem Weg der Überlebenden folgen. Oder dem Weg des Überlebenden. Den wegen, wollte ich am Anfang sagen. Ah, siehste. Da schwinge ich raus. Das heißt, wir gehen mal da rum. Was ist denn jetzt los? Oh. Hoppsa. Ey. Boah, das war knapp. Fast mit dem Schienbein hängen geblieben. Ich habe die Tür gar nicht ausprobiert. Das will ich nochmal tun. Natürlich geht es nicht. Ich schleiche mich mal hier rein, sonst schwingt der so komisch. So ein Portal raus. Aber es ist immer noch knapp. Also, vielleicht wieder in die Hocke gehen und Füße einziehen. Hast du nicht gesehen? Ach, wie süß. Sowas machen sie jetzt hier auch. Da gibt es kein Zurück, würde ich sagen. Oh. Hier ist wieder die Anlieferung. Hallo. Hier. Ich bin hier. Ich kann es fühlen. Ja, ich bin hier. Hallo. Hallo. Okay, ich muss wohl da den Knopf drücken. Fürs Tor bezweifle aber, dass es einfach so aufgeht. Oh, ach so. Das ist die Verbindung. Kann ich hier nochmal was drücken? Nein. Ich kann also nochmal irgendwo... Wo kam ich her? Da oben. Nochmal irgendwo Schwung holen. Im günstigsten Fall hier. Ah, ja. Okay. Dann gehe ich jetzt da auf. Dann kann ich vielleicht auf die Last darauf. So, vorsichtig. Und... Hopp. Oh. Hilft mir das was? Oh. Aha. Ich wollte es nicht reindrücken. Ich wollte es rausholen. Ich wollte es rausholen. So. Jetzt schaffen wir... Ist der neu, der Raum? Jetzt schaffen wir auf jeden Fall eine Verbindung. Okay. Der Boden. Es ist wieder mal nicht so offensichtlich hell. Man muss ein bisschen wissen, was dann einfach geht. Oder was wohl von einem gewollt ist. Genauso wie hier. Der Boden ist natürlich nicht so hell wie die Wand. Aber das passt schon. Wups. Da. Ich will da hoch. Das geht nicht so einfach. Ah, ja. Okay. Ähm. Dann machen wir es mal. Wie ist das von hier? Ah. Weg da. Das ganze Zeug hier stört ein bisschen. Stört immer noch. Aber die kann ich nicht... Äh. Die Geländer kann ich nicht nehmen. Nur diese Gitter hier. Oder? Also sie sind nicht aufnehmbar, aber sie stören trotzdem. Muss ich es von da schaffen. Also ihr seht schon, ich will jetzt schwingen. Wobei, ich kann ja von hier schwingen. Insofern. So. Jetzt falle ich von da oben runter, schieße mir dann orange um. Hopp. Oh. Und bin hier oben. Gut. Dachte, man muss da am Ende, weil es ein bisschen niedriger ist, aber man ist ja höher gestartet, als man hier angekommen ist. Insofern klappt das. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen sie denn hin? Ich glaube nicht, dass sie wissen, wohin sie gehen müssen. Ja, das stimmt. In meinem Fall stimmt das. Och nö. Kommt jetzt hier ein Parcours. Das sieht nach Spaß aus. Kann ich da durchrutschen? Bin ich schlank genug? Oh Gott, oh Gott. Ähm, warum? Ach so. Konnte ich das vorher nicht erreichen? Doch. Ich glaube, ich mache es mir hier gerade wieder mal zu schwer. Einfach nur eine Etage höher. So. Oh. Jetzt da runter. Erzählst du mir nicht, was sicher ist. Es ist noch nicht zu spät zum Umkehren. Ich bin nicht böse. Gehen Sie einfach wieder zum Testbereich. Ne, von da unten kam ich, ne? Insofern. Ah ja, der Pfeil zeigt nach oben. Da. Oh, 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 oh. Ähm. Was? Nein. Aua. Äh. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Äh. Muss das so? Äh. Oh, oh. Ups. Ah, das, das, das wird jetzt aber hier wirklich zum Parcours. Okay. Jetzt kommt wieder ein Trick mit runter gucken. Sonst wird es ja nichts. Oh. Oh. Ach so, einfach rüber. Und ducken. Und überhaupt. Oh Gott. Jetzt traut man sich gar nicht zu, dass man hier überall durchpasst. Okay. Hier ist eine Tür. Sie sind nicht mal an der richtigen Stelle. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen. Und lachen. Und lachen. Oh. Oh Mann. Tja. Kommen Sie doch einfach zurück. Ach, Claire. Das versucht doch nicht, mich zu demoralisieren. Das klappt doch nicht. Ich schaffe mir hier erstmal eine Sicherheit an der Decke. Die sind ja nie gleichzeitig hoch. Insofern. Können Sie mich so schon mal nicht zerquetschen. Aber. Oh shit. Wo will ich denn ankommen? Oh. Das war jetzt blöd. Ich muss mich da umschauen. Ah. Da unten. Okay. Oh. Oh. Das heißt, Orange muss da unten hin. Da. Oh. Hilfe. Schnell sein. Uh. Einfach mal schnell sein. Oh. Alles dreht sich. Alles bewegt sich. So. Und hier hoch. Was? Das ist so ein Scheiß. Ach so. Ich muss hier einfach nur rüber. Ha. Was heißt einfach. Erst mal raufkommen. Nicht sich zerquetschen lassen. Hui. Okay. Das wird nicht gehen. Da ist nichts. Ach du Scheiße. Okay. Ich muss da raus und gleich auf den anderen wahrscheinlich. Ah. Ach du Scheiße. Okay. Ich kann mit Blau wieder fliehen. Das werde ich mal prompt tun. Bevor es hier schlimmer wird. Oh. Dann kann man sich das immer. Mal für einen Moment angucken. Sozusagen zwischenparken. Da geht es schon gleich raus. Aber ich mache noch einmal zur Sicherheit. Das heißt ich schieße da drüben dann orange. So. Okay. Oh. Ich hoffe der ist inaktiv. Und ich hoffe der bleibt es auch. Scheiße. Ah. Ah. Sind das überhaupt diese Quetscher? Oder ist das was anderes? Das sind gar nicht diese Kolben. Ne? Das sah nur erstmal ein bisschen fies aus. Ich gucke nochmal. Die sehen anders aus. Ja. Die sehen anders aus. Nichts zu befürchten. Aber ich denke es war schon Absicht. Dass es so groß und rund ist. Dass es dem Spieler ein bisschen Angst macht. Ach sowas wieder. Wie schön. Da springe ich doch nicht rein. Oh. 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 He he. Okay. Ah. Schön clean sieht es hier aus. In der Toilette. So. Von da unten kam ich. Und. Hier gehe ich einfach raus. Bitte keine Drohnen. Ich habe den einen Wunsch. Also unter anderem den einen Wunsch. Keine Drohnen. Hier wird nichts aufgehen. Denn da sehe ich schon das Feld. Das heißt. Portale werden jetzt gelöscht. Sie sind kein guter Mensch. Das wissen sie oder? Gute Menschen landen nicht hier. Hören sie mich? Du bist nicht fair zu mir GLaDOS. Aber wie gesagt. Du willst mich ja nur demoralisieren. Oh. Okay. Tja. Sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Ich habe ihren Gehirnscan mit Backup. Falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Sie hatten Unrecht bei allem was sie je gemacht haben. Und hier auch. Sie sind nicht klug. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben sie bloß falsch gemacht? Ihr ganzes Leben war ein mathematischer Fehler. Ein mathematischer Fehler. Den ich jetzt korrigiere. Ich hasse so ein Gequatsche in Spielen. Man weiß nie wann man dazwischen kommt. Ich wollte sagen. Diese Mod will mir also erzählen. Dass ich nichts weiter als ein Klon bin. Schade auch. Ein Klon der aber. Zu entkommen. Das ist ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Zu entkommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte sie. Ich flippe aus. Halt die Fresse. Ich töte sie. Und der ganze Kuchen ist weg. Das ist ihnen ganz gleich. Stimmt's? Das ist die letzte Chance. Ein Klon der zu entkommen versucht. Wollte ich doch einfach nur sagen. So. Das ist jetzt gerade recht übersichtlich hier. Oh. Die geschmolzene Knete hier wieder unter mir. Ah. Ah. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Oh. Oh. Oh what? Ich, äh. Hilfe. Das wird jemandem sehr leid tun. Ah. 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 Oh. Wow. Wow. Was? Wo? Oh. Ah. 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 Au. Ah. Er schießt auf mich. Hilfe. Hilfe. Ah, da raus. Oh. Ah, was? Ich wollte auf die Kante da springen. Hallo? Ja, mach schon. Ach, Scheiße. Schieß. Ja, dir. Oh Gott, oh Gott. Ah. Oh. Ah. Wo bin ich? Was? Warum? Das ist jetzt nicht. Ah. Ah. Oh, 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 oh. Ah. Hilfe. Ne, da komme ich her. Da will ich hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. hoch irgendwie? Bin da abgerutscht vorher. Wieder schwingen, aber wohin schwingen? Geh hoch schwingen? Ach boah, schon. Geh doch da hoch! Geh doch da hoch! Nein! Was? Wo? Warum? Wo geht denn das hier lang? Okay, wenigstens der Rückweg ist offen. Wo hatte ich zuletzt mein Portal gelassen? Ach, der kommt gar nicht mehr hier hin? Wie lustig. Wollte ihn jetzt hier zurücklocken. Ach, das ist doch ein Scheiß. Was sollte man denn da... Ach so, da sollte man rüberschwingen. Das klappt doch niemals. Das ist doch viel zu weit weg. So, ganz oben schießen und schön so hier machen. Okay, dann klappt das auch. Geh immer wieder zur falschen Seite. So, hier raus. Das klappt doch nicht. Das klappt doch niemals. Ach, so ein Scheiß. Echt. Muss ich da jetzt auf einen Zentimeter, ja? Okay, ich speichere gleich mal zwischen. Das bringt hier nichts. Kein Bock, jedes Mal mich durch den Anfang durchzuackern. Das wird jemandem sehr leid tun. Der ist aber auch richtig aggro drauf. Also... Ah, richtige Seite. Und schnell mal F6. ganz oben. Ganz korrekt so. Und es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Es fehlt was. Aber ich kann doch nicht von weiter vorne. Bringt's doch auch nichts. Ey, komm. Muss ich irgendwie wieder zurück? Eine Verbindung herstellen geht ja nicht. Ich muss durch den Raum hier... Ja. Oder? Da geht nix. Okay, da gehe ich nicht hoch. Da kann ich nicht hoch. Ich kann hier schön... Schwingen. Nein, also so schwingen. Ach. Okay, jetzt habe ich gerade nicht mit gerechnet. Jetzt hat es auf einmal funktioniert. Ah. Wollte schon sagen. Und jetzt? Ah. Oh, was ein Stress. Was ein Stress. Immer die Fläche suchen. Boah. Er geht halt mit dem Kopf durch die Wand. Was? Und ich vergesse jedes Mal, wo ich herkomme. Hahaha. Den ganzen Weg zurückgegangen. Scheiße. Okay. Da war ich schon. Also wenn ich rauskomme, rechts rum. Würde ich mal sagen. War der richtige Weg? Nein. Wenn ich da rauskomme, links rum. Wenn ich da rauskomme, wieder rechts rum. Ah, Scheiße. Komm, weg, weg. Rechts rum. Ah. Ah. Was? Wo? Hilfe. Okay, ich gehe mal dem Pfeil nach. Komm schon. Exit. Ja, Exit. Ich will raus. Äh. Scheiße. Was? Wo? Kommt der schon hier rein? Scheiße. Äh. Da ist eine Tür. Scheiße. Müssen wir das erstmal speichern hier. Da hoch vielleicht? Was gibt's denn hier? Das kann man natürlich schön rumraten. Noch ist er ja nicht da, aber jeden Moment wird der hier durchbrechen. Scheiße. Oh, oh. Oh, 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 oh. Was ist denn hier? Wo kommt der die Kugel her? Schießt der so eine Kugel? Oh, du Scheiße. Ah. Wo denn bloß? Oder muss ich wieder zurück, da wo er herkommt? Oder kann er hier was aufsprengen? Äh. Das mit der Kugel gefällt mir nicht. Ähm. Ich suche mir mal einen Weg. Oh. Falls der jetzt hier um die Ecke kommt. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott. Da war noch was, genau. Ach, Mensch. Ich konnte die Tür übersehen. Nee, ist keine Tür. Nein. Also ist schon eine Tür, aber keine die ich mit einer Klinke aufbekäme. Ach, Kacke. Ah. Stopp. Okay genug. Ich hab's gelöscht. Egal, was jetzt passiert. Sie sind tot. Ähm. Ich speichere mal ab. Was auch immer das jetzt bedeutete. Er läuft zurück, oder was? Nee, er ist immer noch auf mich. Hat mich ein bisschen gewundert, dass sie einen Dialog, also einen Monolog gehalten hat. So, mein Freund, was willst du denn tun? Und irgendwie wir den... Ach. Wieder sowas, dass er sich selbst abschießen muss. Verstehe. Okay. Ah, nee. Er zieht mit der Kugel auf mich. Na dann. Äh. Stell mich grad ein bisschen blöd an. Portal unter ihm. Kugel hinter mir rein. Hat die nur eine gewisse Reichweite? Das ist ja toll. Dann müssen wir was anderes nehmen. Dann müssen wir das hier nehmen. Ach, so eine Scheiße. Okay, ich mach's mal über ihm. Was ist jetzt hier weit hinten? Oh. Na los, schieß. Schieß dich selbst an. Verdammt. Es ist gar nicht so leicht. Schieß dich mal dran. Oh. Oh. Ich hasse sie. Oh. Oh. Uff. Puh. Äh. Immer noch nicht exit. Was ist denn hier los? Ah. Super hingekriegt, sie hält. Meine Portal-Kanone. Ach, nö. Wollen sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Aua, aua. Wenn sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos. Und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ganz schön finster hier drin auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ja, dann. Freiheit. Aha. So sieht also die Skybox aus, wenn wieder irgendwas fehlt. Dabei hab ich extra Half-Life 2, oder nicht? Nicht Half-Life 1. Half-Life 1 ist ja schon ewig alt. Half-Life 2 installiert. Na, mehr kann ich dann auch nicht tun. Genießt es. Ich kann nur noch ganz langsam laufen. Oh. Okay, das war aus Half-Life 2. Oh. Und das war Portal The Flash Version Map Pack. Ich hab es überlebt. Wahnsinn. Ich lass mal kurz die Musik laufen, denn sie ist sehr laut. Währenddessen überlege ich mir mein Fazit. Und zwar ich Philipp ist, das. Oh. Ich hab es überlebt. Viel Abspann war das ja nicht. Baut sich hier noch was auf? Umso besser. Wir haben jetzt ein bisschen Ruhe. Ich werde auch nicht mehr lange labern. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe sie eigentlich entgegen meiner Erwartungen ziemlich gut überstanden, die Mod, muss ich sagen. Und sie gefällt mir genauso gut oder genauso schlecht wie alle anderen Mods auch. Also es sind immer mal ein paar fummelige Sachen vielleicht dabei. Aber ja, also insgesamt tatsächlich gar nicht so schlimm. Den Bosskampf habe ich auch noch irgendwie hinbekommen, obwohl das natürlich wieder etwas zappelig war. Aber mein Gott, ja, ein bisschen mit Zwischenspeichern und so, dann geht das schon. Bin ich jetzt nicht so emotionalisiert wie sonst. Pja, was gibt es da sonst zu sagen? Also auch dieses Labyrinth habe ich irgendwie geschafft. Und zwar nicht, weil ich mich richtig orientiert habe, weil das geht einfach nicht. Also in so einem Labyrinth und dann immer wissen, zu welcher Seite man wo aus welchem Portal rauskommt. Da müsste man wirklich so ein 3D-Modell im Kopf haben. Also ich kann sowas zumindest nicht, dass ich ständig weiß, an welcher Stelle ich mich da befinde. Aber man konnte tatsächlich gut, das hat sich ja gezeigt, nach dem Ausschlussprinzip arbeiten. Also wenn man gemerkt hat, dass man an einer Stelle rauskommt, wo man schon war, dann geht man schnell wieder zurück und probiert eine andere Stelle aus. So wie in einem klassischen Labyrinth, wo man rechts, links geht, dass man immer testet, wo ist die Sackgasse. Dann gehe ich wieder zurück an die Abzweigung und teste den nächsten Weg. Das hat tatsächlich funktioniert. Insofern, ich bin echt glücklich. Meine Erwartungen waren andere, dass ich orientierungslos bin und dass ich total versage, wenn es um fummelige Sachen geht. Und beides habe ich irgendwie geschafft. Ja. Also ohne euch damit großartig zu quälen, glaube ich, und ohne mich damit großartig zu quälen. So was merkt der Zuschauer dann ja auch immer. Nee, also das hat echt funktioniert. Und ich staune, dass es tatsächlich jetzt nur fünf Folgen, glaube ich, waren. Also gut, Mods sind ja nie so lang. Aber als ich noch mitten im Labyrinth steckte, dachte ich, na ja, da wirst du noch eine Weile zu tun haben. Und dann kam dieses Hintergrundgedöns, dass man aus den offiziellen Testkammern rauskommt. Und da gehst du ja immer davon aus, dass jetzt noch mal mindestens ein Drittel des Spiels da drin spielt. War dann nicht so. Der Bossgegner sah ein bisschen klobig aus, muss ich gerade noch dazu sagen. Also der Schönste war er jetzt nicht. Und natürlich auch spielerisch nicht so das Niceste für mich, sag ich mal. Aber ja, sie wollten einen Bosskampf reinmachen. Sie haben mir vorher noch mal erzählt, dass ich eigentlich nur ein Klon bin und dass ich sowieso keine Chance habe. Und Blasölz und so, ja. Dann hat leider die Skybox gefehlt zum Schluss. Aber ich glaube, die war nicht unbedingt wichtig. Ich bin frei. Das ist die Hauptsache. Ich habe diese Mod geschafft. Das ist noch viel wichtiger. Die nächste Mod kommt bestimmt. Das ist auch sehr wichtig. Und dann geht's weiter. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Das ist ja nicht so. Vielen Dank.